Musik 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 Hä? Wie? Hä? Sollen das funktionieren? Tchö, äh, äh, was? ... 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 Ich verstehe es gerade nicht. Da unten ist was, aber das sehe ich doch gar nicht. Ja, so komme ich wieder zurück. Aber es bringt nichts. Habe ich irgendwas? Nö. ... 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 Au, du Ratte. So, noch einer. Ja, wollte ich schon sagen. Oh, scheiße. Diese Lümmel. Holy Mamoly. Da sind die Dickpics von Dumbledore drin. Entschuldigung. Ach, das war also nur die letzte Ladung. Stell dir mal vor, das wäre wirklich so eine Wichs-Ladung gewesen. Das war auch nur die Lümmel. Kein Wasser mehr. Ja, lässt das regnen. Ja. Ja gut, Auffassung für Fortschritte. Hm. Ja. Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morganock? Willkommen! Professor Rookwood? Professor Bacard? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der fünften Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als Fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morganock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich hab Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe Sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber Sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann Sie auch sehen. Bis hier ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt. Was sind Sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist Ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich Sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morganock. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. Alles klar, die macht sich jetzt die ganzen Jungs klar. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Ich glaube, das war ein Fehler. Sebastian. In der verbotenen Abteilung. Schon wieder. Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns. Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon, teilte mir Piefs mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn sich jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Diese Dreck-Sau. Okay. Aus, aus der Bibli. Hier ist bestimmt noch irgendwas zum Sammeln, oder? Habe ich das hier unten schon? Ja, ne? Ne, habe ich nicht. Lass mich mal überlegen. L, äh, 21 minus 11. L, äh, 21 minus 11. Das sind 10. Der Ziegenkopf ist 0, 1, 2. Das bedeutet 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Spinne. Fragezeichen 1 ist dann sozusagen die Spinne. Fragezeichen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Minus 9. Dieser komische V, 9 minus 17 sind 8. Minus diesen komischen Muskeltypen da, oder diesen Hummerkopf. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 9 minus 17 sind 8, minus 5 sind 3. Das bedeutet 0, 1, 2, 3. Schlangenkopf. Doppeltes Fragezeichen ist also der Schlangenkopf. Oder die Hydra, wie man es auch nennt. Sollte vielleicht auf das Rausgehen und mir Sachen und Sachen verkaufen. Der Hut sieht auch cool aus. Na, den kannst du vergessen. Ich finde den Hut komisch. Das geht noch. Karierter Mantel in Purpurrot. Oh my, ernsthaft. Gut, der ist besser als mein jetziger Mantel, aber. Wirklich. Hat eigentlich auch was, finde ich. Hat auch irgendwas. Gehre zurück zu Professor Fick. So, Professor Fickityfuck. Jetzt klingelt die Foot. Schön. Ahem. Ja. Ah, Gryffindor. Weißt du, weil Peter Griffin. Schwebt hier irgendwas rum? Nope. Not today. So, du kleiner Fick. Wo bist du nur? Du hängst an der seidenen Schnur. Der Schulleiter ist ein Arsch. Dieser blöde Barsch. Dem Blas ich recht den Marsch. Keiner fragt sich, warum hier rumlaufen wie El Capone. Wälzer und Widrigkeiten. Ach, ich muss hier warten. Hm. Das kann ich dir ernst sein. Kobolde und Rookwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Es... Ah, Fig. Sie haben Besuch. Mal sehen, was ich herausfinde. Hm. Sir, ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war tatsächlich ein Buch, das wir brauchten. Wie wäre es, wenn du mal wades, bis der Schulleiter weg bist? Was ist das? Halt. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Gott sei Dank. Ja, gut. Eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung. Wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erst mal. Oh, oh nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich habe bei dem Buch noch zwei Erinnerungen gesehen. Noch ein Denkarium? Bei Godric's Herz. Der Mann, den wir sahen, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten Erinnerung haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte Recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hat. Wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Hm. Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George's Tod spreche. Was sagen Sie ihnen über Mr. Osric's Tod? Ich weiß nicht, wie viel ich sagen soll. George wollte das Ministerium von Renog überzeugen. Ohne Erfolg. Mein Instinkt sagt mir, wir folgen dem Weg, auf dem wir uns befinden und behalten die Details für uns, bis wir mehr wissen. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Das ist gut. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können. Revenium. Gut, kein Problem. Wir dürfen also den Zauberstab nicht vernachlässigen. Was ist das eigentlich? Nee, bringt nix. Okay. Es wird Zeit, deine Duellfähigkeit zu testen und einen neuen... Komm zum üblichen Ort. Der Finalrunde von Gekreuzte Stäbe. Ich werde ewig über diesen Namen lachen. Er ist einfach lustig, okay? Akio, ins Händler. Hätti hat ja gerade eine Eulenpost geschickt. Daran bittet sie dich, im Dorf zu treffen. Ja, also okay. Mach ich doch gerne. Im Dorf gehe ich gerne hin. Wo will die Alde mich treffen? Dörfler sind kleine Gemeinden. Okay. Okay. Flohflammen. Und wie kriege ich das Ding jetzt entflammt? Toll, mein Zauberstab hat nicht genug Saft. So, die Alde will mich also irgendwo in Dingsbums treffen. Kann man auch mal machen. Muss ich aber nur gucken. Arterium. Nur Literatur. Warum nicht, ne? Ich darf die Schule und Freunde nicht vernachlässigen. Das ist zwar schön und gut, aber... Wo kann man denn jetzt... anfangen? Ich dachte, bei Zauberträgen muss man genau sehen. Oh je. Dafür bekomme ich Ärger. Oh, nicht. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht, Mädchen? Ist alles in Ordnung? Oh, hallo. Danke, dass du fragst. Ich bin übrigens Cressida. Und ich fürchte, gar nichts ist in Ordnung. Ich habe etwas Ärger mit der Bibliothekarin. Ich erschaffe gern eigene Zaubersprüche. Ich dachte, mein Federleichtspruch wäre perfekt für meine Bibliotheksbücher. Es ist so schwer, sie den ganzen Tag herumzutragen. Ich muss bei der Beschwörung das lateinische Wort für Feder mit Vogel verwechselt haben. Als ich in der Bibliothek meine Tasche öffnete, flogen sie einfach davon. Wer kennt's nicht? Klingt ziemlich kompliziert, nur um keine Bücher tragen zu müssen. Vielleicht. Aber einfach ist langweilig. Neue Zauber müssen ja irgendwo herkommen. Warum nicht von mir? Ich würde die Bücher hier selbst einsammeln und den Zauber entfernen. Aber es ist nicht das erste Mal, dass einer meiner Sprüche die Bibliotheksruhe stört. Amit hat Madame Scribner erzählt, dass das meine Bücher sind. Und sie hat gesagt, wenn ich noch mehr Ärger mache, schreibt sie meinen Eltern. Könntest du sie vielleicht für mich holen? Es sind nur fünf Stück. Du bist neu hier. Da wird sie nicht misstrauisch sein. Warum hat Amit Madame Scribner gesagt, dass es deine Bücher war? Ich glaube nicht, dass er es böse gemeint hat. Ich denke, er war beeindruckt und wollte mit mir angeben. Was? Amit verbringt viel Zeit, damit die Sterne anzustarren. Aber er erkennt einen guten Zauberspruch. Und deswegen wollte er mit dir angeben. Tiefenschärfe ist on point. Ich wäre dir so dankbar. Eines der Bücher ist mein Tagebuch. Das sollte nicht in die falschen Hände geraten. Wenn du sie einsammelst und mir bringst, kann ich den Zauber entfernen. Kriegen wir hin. Das machen wir doch. Wenn ich an diese Bücher will, muss ich sie mit Akio heranholen. Akio! Geschafft! Fehlen nur noch vier. Die wird bei mir nicht misstrauisch, wenn die wüsste, wo ich gestern Abend gewesen bin. Da würde die Madame mir aber mehr als nur den Lümmel langziehen. Würde sie mir auch zeitgleich den Arsch versohlen. Die Kleine hat gesagt, es sind nur fünf Bücher. Wo ist das nächste Buch? Da unten. Das ist nicht ganz so schnell. Oh, habe ich ja gerade eben versucht, eine Zauberin anzuziehen. Äh, ein Zauberer. Ups. Können wir das lesen? Natürlich. Heute war ein guter Tag. Zumindest bis Gerrit dieses seltsame Gebräu, das er entdeckt hatte über meinen perfekt gedünsteten Floorfliegen. Über meinen perfekt gedünsteten Floorfliegen verteilte. Ich musste meinen Kessel leeren und von vorn beginnen. Er kann wirklich eine Plage sein. Tut so, als wüsste er alles über Zaubertränke und unterbricht ständig Professor Sharps Unterricht mit seinen Experimenten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er schon längst zur Schule verwiesen worden wäre, wenn er nicht Professor Weasleys Neffe wäre. Heute Abend gibt es wieder Dorsch. Er schmeckt mir langsam besser, aber ich mag Fleischprastete noch lieber. Sie mag also Fleischprastete. Das ist okay. Kamera, Mama. Muss ich nicht noch... Ich habe doch alle Bücher gesammelt. Oder nicht. Boah, da oben ist noch alles. Kannst du dich nicht nach oben pücken, du Lappen? Ne. Manchmal ist dieser Krawall da echt ein Horst. Was ist denn das überhaupt für ein Name? Schau mal, normale Namen. Cassandra. Gertrud. Giselinde. Aber nein. Cressida. Super. Hier, bitte. Tja, Lektion gelernt. In nächster Zeit werde ich sicher keine Zaubersprüche mehr in der Bibliothek üben. Gut, mal sehen, was da schief gegangen ist. Vielleicht sollte ich mein Latein etwas auffrischen. Ja, durchaus. Zum Glück gibt es noch vertrauenswürdige Leute. Ich würde nicht wollen, dass jemand mein Tagebuch liest. Ich schließe Nebenbeziehungen ab. Das ist okay. Wollte ja kein Arsch sein. Haben wir uns die Kleine mal geklärt. Noch. Wollen wir keinen gefallen. Okay, das ist gemein. So. Das Mädchen aus Ugadu. Nanny. Netti hat mich gebeten, sie im Dorms namens Lower Horsfield zu treffen. Südlich von Hogwarts. Ich sollte sehen, was sie möchte. Benötigte Stufe 3. Ich bin Stufe 11. Geheimes Lager am Schloss. Das sieht so aus, als müsste ich einen Drachenbrunnen finden. Der Baum im Hintergrund lässt vermuten, dass er einen Innenhof befindet. Die Frage ist jetzt, wo ist der Innenhof? Das müsste hier sein, ne? Genau. Da ist der Brunnen. Ich komme immer näher. Die deidalischen Schlüssel sind zurück. Genial, oder? Die Treppe sieht vielversprechend aus. Die Treppe sieht vielversprechend aus. So, warte mal. Ich will mal was gucken. Die Laterne über einem Gemälde. Das hat aber Bäume. Das ist also nicht der hier. Oben. Das sieht aus wie das Porträt auf der Karte. Also, wo ist der Schatz? In Sendium. Akio. In dem Porträt war eine Tür versteckt. Yo. Was ist wohl aus Arthas Suche geworden? Echte Historik? Oh, wow, 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 wow. Gibt zwei weniger. Aber sieht schon. Hat... Ja, gut. Wenn sie jetzt weiß wäre, würde ich sagen, geil. Aber... Ich meine, hat schon was. Ja, ich weiß, dass ich's Zeug verkaufen muss. Kehre zu Arthur zurück. Wo ist denn der Lümmel? Äh... Okay. Ah, Schlösser öffnen. Braut auf Stufe 1. Und wo muss das hin? Wo muss das... Ah... Okay, 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 okay. Komm mal mit. Kommst du mit? ., Äh... Kommst du mit? Dann ist das... Ja, genau. Kommst du mit. Kommst du mit. Kommst du mit. Nö, das Ding nicht. Da hinpacken. Hä? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ganz ruhig. Das kriegen wir schon hin. Die Frage ist nur, wie kriege ich das da hin? Die müssen wir jetzt hier hochziehen, oder was? Sind die jetzt verbuggt? Wo ist denn diese fucking Glocke jetzt hin? Da unten. Das ist nämlich verarschend. Die Bühne. Die Bühne. A kill. Untertitelung. BR 2018 Bin ich nicht irgendwie da hinten hin? Nehm ich die mal mit? Oh, komm schon, du fucking Wichsglocke. Oh, warte mal, das könnte gar nicht mal schlecht sein. Und was ist hier oben? Muss ich jetzt auch ranziehen. Achtung. Ich verstehe es nicht, weil die Steuerung ist ein bisschen komisch. Oder ich kann es halt nicht. Wenn ich irgendwas abstelle? Nee, ne? Ich kann nur anziehen. Was ist das hier theoretisch? Nicht verfügbar. Ah, okay, okay. Ja, dann kann ich es vergessen. Dann brauche ich da nichts zu machen. Riesiger Tisch. Oh. Weiß ich mal hierhin. Komm, drauf geschissen. So, Arthur, wo ist er dann? Wie geht es mit deiner Schatzkarte voran? Hallo, Arthur. Ich wollte dir sagen, dass die Karte zu einer Tür führte, die in einem Porträt versteckt ist. Oh, wie clever. Meine führte zum Bootshaus. Kaum hatte ich den Schatz gefunden, kam der Schulleiter. Er hat mich verscheucht, aber da hatte ich schon ein paar Galleonen eingesteckt. Was hast du gefunden? Ich glaube, ich habe die Uniform eines Historikers gefunden. Oh, du Glückspilz. Dann hatten wir ja beide Erfolg. Toll, dass du mitgemacht hast. Kein Problem, Arthur. Hat Spaß gemacht. Weiter geht's zum nächsten Hogwarts-Geheimnis. Ob ein schneller Blick durch Weasleys Büro wohl etwas Interessantes offenbart? Dieser kleine Gammler ist die ganze Zeit nur am Rumposaunen. Ja, das schickt für heute auch mal. Ich weiß nicht, wie lange sind wir denn bei der Aufnahme? Ja, ein, zwei Stunden passt. So, YouTube, macht's gut, ne? War cool. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.